Hallo, ich bin Janine. Ich mache hier in der Kaiserswerter Diakonie meine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin. Ich bin im dritten Ausbildungsjahr und möchte euch jetzt meine Arbeitswelt zeigen. Als ich das erste Mal im OP war, habe ich mich zunächst verloren gefühlt, wusste nicht so richtig, was ich machen soll und hatte das Gefühl, dass ich total doof rumstehe, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell eingefunden. Was mich besonders an dem Beruf reizt, ist, dass ich jeden Tag was Neues lernen kann. Ich trage zwar auch eine große Verantwortung, zum Beispiel auf die Dokumentation zu achten, weil die eben total wichtig ist, aber dafür sehe ich auch total viel und es macht halt mega Spaß, den Ärzten zu helfen. Mein Name ist Jolanta Gersog. Ich bin im ersten Ausbildungsjahr. Ich bin 45. Ich habe schon eine Ausbildung absolviert als Friseurin, wollte dann halt neu starten und habe mich dann entschlossen, die Ausbildung zur Altenpflegerin zu machen. Ich habe ein einjähriges Praktikum gemacht. Da habe ich mein Fachabi gemacht und dann dazu bin ich eigentlich gekommen, weil es mir Spaß gemacht hat, mit den Bewohnern zu arbeiten. Es gibt keinen, den man nicht mag. Sie erzählen ja auch viel, auch von früher. Ja, mein Name ist Leila Möhrchen. Ich bin 24 Jahre alt, habe drei Kinder und komme aus Wuppertal. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr in der Ausbildung zur Protologin. Langfristig möchte ich mich definitiv selbstständig machen. Jetzt erst mal noch als Angestellte arbeiten, also nach der Ausbildung, um noch Erfahrungen zu sammeln. Ich heiße Karolina Birz. Ich bin 34 Jahre alt. Seit zehn Jahren bin ich schon medizinische Fußfliegerin und aufgrund dessen, dass meine Patienten kranker geworden sind, wollte ich mich weiterbilden als Podologin, dass ich auch Diabetiker behandeln darf und ihnen auch weiterhelfen kann. Ich mache meine Ausbildung hier, weil die Kaiserswerter Diakonie einen guten Ruf hat und sie viele verschiedene Ausbildungsberufe anbietet.